Hey, 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 zuh-ee! Tschö! Wir bauen heute das Dream Team von Cristiano Ronaldo, der One and Only. Ich habe richtig Bock auf das Team, wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like, dann schreibt mir in die Kommentare, von welchen Spieler soll ich das nächste Dream Team bauen? Abonniert meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen, ihr seid die Besten. Wir stehen echt bald vor den 300.000 Abonnenten dieses Jahr noch, das wäre einfach zu wild. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins Video. 3, 2, 1, let's yo! Wir sind in FIFA 22 angekommen und wir werden jetzt, wie gesagt, Ronaldos Dream Team heute bauen. Allerdings, Ronaldo hat noch nie in einem Interview preisgegeben, was sein persönliches Dream Team ist. Deswegen habe ich geschaut, mit wem hat Ronaldo die meisten Spiele bestritten. Mit wem ist Ronaldo im Real Life gut befreundet und habe aus diesen Spielern einen Mix zusammengestellt, bei dem ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass das Ronaldos Dream Team sein könnte. Und das Team wird auch sehr, sehr geil, das könnt ihr mir glauben. Ich denke, das ist eine ganz coole Geschichte. Ich hoffe, ihr feiert es und dann würde ich sagen, starten wir rein. Und dann starten wir natürlich mit dem Torhüter. Und es gibt viele Torhüter, mit denen Ronaldo zusammengespielt hat. Keila Navas, Casillas, Van der Sar. Ich habe mich für letzteren entschieden, denn es sind sehr viele Real Madrid oder Ex-Real Madrid-Spieler im Team vertreten. Deswegen, wir brauchen hier auf jeden Fall auch einen, mit dem er bei Manchester United zusammengespielt hat. Und Edwin Van der Sar, er hat tatsächlich mit dem Kollegen die zweitmeisten Spiele zusammengespielt, wenn es um die Torhüter geht. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass Ronaldo auch ein großer Edwin Van der Sar Fan ist. Und Digga, wie teuer ist der denn bitte für einen Torhüter? Da ist er 575.000 Münzen, das ist auf jeden Fall eine Ansage. Aber viele spören auch darauf, dass Edwin Van der Sar der beste Torhüter im Spiel ist. Von daher, ich habe auf jeden Fall Bock, den zu testen. 1,97 groß, eine absolute Legende. Manchester United-Legende. Damals zusammen mit Ronaldo gekickt. Und ich würde sagen, wir kommen zu den Verteidigern. Und ich habe mich für drei Verteidiger entschieden, bei denen klipp und klar ist, meiner Meinung nach, dass Ronaldo die in sein Dream Team packen würde. Also, da kommt nichts dran vorbei. Und da starten wir mit Pepe. Mit dem hat er nicht nur bei Real Madrid zusammengespielt, sondern natürlich auch in der portugiesischen Nationalmannschaft. Die sollen auch richtig dicke miteinander sein. Ich habe mir ein paar Artikel, wie gesagt, durchgelesen, mit wem Ronaldo gut im Real Life befreundet ist. Und Pepe scheint einer von den Kollegen zu sein. Wie gesagt, sehr, sehr lange mit Ronaldo bei Real Madrid gespielt. Natürlich über Jahre auch in der portugiesischen Nationalmannschaft gewesen. Also, die zwei kennen sich sehr, sehr gut. Und Pepe wäre zu 99 Prozent in Ronaldos Dream Team. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Beim zweiten Innenverteidiger auch eine ganz klare Geschichte. Der Kollege hat die zweitmeisten Spiele mit Ronaldo bestritten. Und zwar 339 Spiele an der Zahl mit Ronaldo gekickt. Ist hier in den Videos auch absoluter Dauergast. Es ist einfach unfassbar. Zum Glück ist diese Foot Birthday Karte rausgekommen. Sergio Ramos, 83 Tempo, 92 Füße, äh, 92 Verteidigen, Digga. Warum rede ich überhaupt noch über den? Der ist momentan no joke in jedem zweiten Video, Alter. Es ist zu krass. Also, wenn Sergio Ramos nicht irgendwann mal eine Icon Karte bekommt, dann heiße ich Nicole Scherzinger. Und damit kommen wir zu unserem dritten Verteidiger. Und Junge, ich habe vor kurzem so ein geiles TikTok gesehen. Ähm, das habe ich nie mitbekommen. Und zwar geht es um Marcelo. Der ist zu 100 Prozent in Ronaldos Dream Team. Würde er ein Dream Team verkündigen? Alter, also die zwei scheinen sich zu lieben. Es gibt einfach, wie gesagt, so ein TikTok. Beziehungsweise halt von früher so ein Zusammenschnitt. Wie man sieht, dass Marcelo bei den Elfmetern von Ronaldo immer schon gejubelt hat, bevor Ronaldo geschossen hat. Also, die waren wirklich absolut dicke. Nicht nur bei Elfmetern hat er das teilweise gemacht. Auch wenn Ronaldo alleine aufs Tor zugegangen ist, hat Marcelo schon die Arme ausgebreitet. Weil Marcelo ganz genau weiß, Ronaldo ist einfach der Goat. Der macht die Kiste sowieso. Also, das ist einfach nur ein richtig geiles Video. Habe ich vor kurzem auch in meiner Insta-Story gepostet. Falls ihr mir noch nicht auf Insta folgt, dann macht das unbedingt. JudasFGU heiße ich dort. Ihr seid die Besten. Aus Chemiegründen spielt Marcelo bei uns linker Außenverteidiger im Link-Mittelfeld, damit das Team am Ende auch ordentlich Chemie bekommt. Und damit kommen wir quasi zum Mittelfeld. Und damit zu einem Kollegen. Den kennen wir alle sehr, sehr gut. Und zwar geht es tatsächlich um Mesut Özil in Ronaldos Dreamteam. Denn die zwei sind auch richtig dicke gewesen zu Real Madrid-Zeiten. 2013 wurde Mesut Özil dann von Real Madrid zu Arsenal transferiert. Und Ronaldo war wirklich stinkesauer, dass das passiert ist. Der konnte das absolut nicht verstehen, dass die Özil verkauft haben. Und die zwei haben auch wirklich harmoniert. Özil hat Ronaldo mit Vorlagen gefüttert. Bei Arsenal war dann Özil, glaube ich, nochmal deutlich krasser. Also was der da dann abgerissen hat, war natürlich heftig. Von daher, ich kann Ronaldo verstehen, dass er sauer war, dass Özil verkauft wurde bei Real Madrid. Ich denke, der hätte da auch ganz gut noch performt. Definitiv. Und ich feiere es auf jeden Fall, dass Özil echt so dicke mit Ronaldo war. Beziehungsweise vielleicht auch noch ist. Und damit kommen wir zu einer Karte. Direkt das Herzstück der Mannschaft. Und mit dem Mann hat Ronaldo nicht zusammengespielt. Aber er wurde von ihm trainiert. Und hierbei geht es natürlich um Zinedine Zidane. 2,6 Millionen für seine Icon Moments Karte kommt rein hier. Und ja, was soll man über den schon sagen? Ronaldo und Zidane haben zusammen dreimal die Champions League gewonnen. Dann wurde Ronaldo verkauft, beziehungsweise ist halt gegangen. Und deswegen wurde spekuliert. Wurde mal von einem Ex-Real Madrid-Präsidenten gesagt. Ist Zidane deswegen auch gegangen. Ronaldo hat auch nach seiner Real Madrid-Zeit noch in etlichen Interviews extrem über Zidane geschwärmt. Also die zwei waren definitiv so zusammen bei Real Madrid. Und ja, Ronaldo und Zidane einfach ein geiles Duo, muss man sagen. Und ja, Zidane ist auch einfach eine unglaubliche Maschine. Und damit machen wir weiter mit dem rechten ZM. Da kommen wir wieder zu einem Kollegen. Der hat mit Ronaldo in der Nationalmannschaft zusammengespielt. Aber auch bei Manchester United. Portugiese von Manchester United. Ihr wisst jetzt wahrscheinlich alle, wer kommt. Und zwar natürlich Nani. Die zwei bei Manchester United, die man auch richtig will, waren zu der Zeit auch sehr gut befreundet. Habe ich gelesen. Und ich muss sagen, ich muss bei Nani und Ronaldo immer an dieses eine Tor von Ronaldo denken. Als Nani noch kurz vor der Linie dazwischen gesprintet ist und das Ding reingehauen hat. Und dann war es glaube ich Upseids oder so. Ronaldo war stinkesauer darüber. Deswegen denken jetzt wahrscheinlich viele, die waren absolut mad aufeinander nach der Aktion vielleicht. Kann ja auch vielleicht sein. Aber zu Manchester United-Zeiten waren die auf jeden Fall sehr gut befreundet. Deswegen Nani in Ronaldos Dream Team. Wir holen uns seine Foot-Fantasy-Karte, die leider kein einziges Upgrade bekommen hat. Also das ist schwach, mein bester Nani. Was ist denn mit dir? Und damit gehen wir zurück zu Real Madrid. Also meiner Meinung nach wäre der auch zu 100% in Ronaldos Dream Team. Weil er einfach der Lenker und Denker von Real Madrid war. Beziehungsweise auch wahrscheinlich noch ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Es geht um Luka Modric, der auch dreimal, wie gesagt, mit Cristiano Ronaldo die Champions League abgeräumt hat. Oder waren es sogar viermal? Ich bin mir gerade unsicher. Aber Luka Modric und Ronaldo, die sind safe auch richtig dicke miteinander. Ob die jetzt neben dem Platz auch gut befreundet sind, weiß ich nicht. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der zumindest in dem Dream Team von Ronaldo drin war. Beziehungsweise ist, würde er eins releasen. Und damit kommen wir wieder zu einem portugiesischen Nationalmannschaftskollegen. Der hat aber auch schon mit Ronaldo bei Sporting Lissabon zusammengespielt. Seit 1998 sind die befreundet. Und angeblich ist es der beste Freund von Ronaldo. Und zwar geht es um Karesma. 2016 haben sie dann natürlich auch noch zusammen die EM gewonnen. Also die sind richtig, richtig dicke. Kennen sich, wie gesagt, aus Sporting Lissabon Zeiten. Bevor beide eigentlich so richtig durch die Decke gegangen sind. Ronaldo natürlich ein bisschen mehr als Karesma. Aber feiere ich auf jeden Fall, dass die anscheinend immer noch so gut befreundet sind. Und deswegen, der Mann ist gesetzt in Ronaldos Team. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Und damit kommen wir zu den beiden Stürmern. Und beim linken Stürmer, da bin ich mir eigentlich halt auch zu 100% sicher. Ohne Witz, wäre so cool, würde Ronaldo mal irgendwann noch wirklich sein Dream Team revealen. Und dann könnten wir das vergleichen mit dem Video. Es würde mich extrem interessieren. Aber Karim de Dream, Benzema muss in Ronaldos Dream Team. Denn Benzema ist der Spieler, der die meisten Spieler überhaupt mit Ronaldo zusammengespielt hat. 342 Spiele zusammen an der Zahl. Also, ja, früher Bale, Ronaldo, Benzema war auf jeden Fall ein wildes Duo. Aber ich glaube, Ronaldo, der hat sich auch nicht schlecht mit Benzema verstanden. Und die haben auch wirklich sehr, sehr lange zusammengespielt. Denn die sind beide im selben Jahr zu Real Madrid gewechselt. Deswegen Benzema rein ins Team. Da ist er. 1,34 Millionen als ZM. Perfekt. Dann kann ich hier gleich wieder alles umwandeln. Ist aber auch echt günstig für die Karte. Forster Skills, Five Star Weakfoot, sieht ultra nice aus. Ich habe den auch noch nicht gezockt. Deswegen habe ich da richtig Bock drauf. Dann würde ich sagen, wandle ich den auch schnell zum Stürmer um. Und damit kommen wir zum letzten Spieler in Cristiano Ronaldos Dream Team. Und wir wissen alle, dass Ronaldo ein extrem großes Ego hat. Das kann ich auch als großer Ronaldo-Fan nicht abstreiten. Deswegen ist es eigentlich glasklar, dass Ronaldo sich auch selbst in sein eigenes Dream Team packen würde. Und Jungs, ich lasse mich heute nicht lunken. Ich werde nicht meinen First Owner Foot Birthday nehmen, von dem ihr vielleicht wisst. Sondern ich kaufe mir den Tots. Let's go. Ach, das ist doch ein Schnapper. 2,8 Millionen für Cristiano Ronaldo Team of the Season. Und damit steht Ronaldos Dream Team. Was sagt ihr, Jungs? Sieht mega geil aus. Wer könnte noch in Ronaldos Dream Team reinpassen? Ich habe mir so überlegt, vielleicht einen Ferdinand, weil der mit dem bei Manchester United gespielt hat. Vielleicht einen Rooney. Die waren ja auch mal relativ dicke. Aber da sind auch so ein paar Sachen vorgefallen, soviel ich weiß. Und Rudi hat mal in einem Interview gesagt, dass Ronaldo extrem nervig war bei Manchester United. Auf jeden Fall ganz lustig. Schreibt mir in die Kommentare, wen hättet ihr noch in Ronaldos Dream Team gepackt. Und dann würde ich sagen, haben wir jetzt noch Spaß mit dem Team in ein, zwei Division Rival Games. Let's go. Wir gehen rein ins erste Spiel. Wildes Team auf jeden Fall. Sieht geil aus. Let's go. Marcelo, Junge. Flanken und dann schon mal jubeln. Ja, okay. Heute wohl leider nicht. Karesma. Schöner Ball. Auf Karim. The Dream. Benzema macht der wunderschön perfekter Lupfer zum 1-0. Karesma macht es richtig gut. Macht auch richtig Bock die Karte. Jetzt Ronaldo. Todts. In Schussposition bringen. Den Mann. Und. Oh, an die Latte. Ja, komm. Da ist Luka Modric. Und da ist Rahm. Ja. Ronaldo mit einem Sombrero-Flick. Das wäre krass geworden. Özil auf Ronaldo wie zu Real Madrid-Zeiten. Und Ronaldo finisht wie zu Real Madrid-Zeiten-Zeiten. He, 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 he. Schö. Nächster guter Pass auf Karim Benzema 3-0. Und da wird natürlich die Pause angemeldet. Also Benzema hat heute Ronaldo so ein bisschen die Schau gestohlen. Wir gehen nochmal rein in ein zweites Match. Vamos. Wir gehen rein in ein zweites Spiel. Und sein Team heißt Schü. Und beim Barcelona warten dann den Teamnamen Schü. Ich zeige dir, was Schü ist, Brudi. Oh, oh. Komm, Junge, van der Sar, zeig was. Okay. Okay. Starkes Ding. Ronaldo sieht Marcelo in der Mitte. Let's go, Junge. Marcelo und Ronaldo das Dream-Team schlechthin. Ja, Karim. Oh, wie gut hat er den mitgenommen mit der Ballrolle. Aua, der ist so gut, der 98er, trotz Benzema. Benzema auf Nani. Und Nani, Ronaldo 3-1. Endlich, Nani klaut nicht. Ronaldo das Tor. Özil auf Sisu. Komm, mit dem auch mal eine kleine Solo-Show starten. Zidane zeigt jetzt hier, wer der Chef auf dem Platz ist. Junge, als ob das jetzt wirklich geklappt hat. Was war das denn? Ja, so viel dazu. In zwei Spielen hier wirklich die Gegner absolut backrasiert. Hat ultra Bock gemacht mit Ronaldos Dream-Team. Also da sind auch echt nur Kracher drin, muss man sagen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like, abonniert meinen Kanal und keine Videos mehr zu verpassen. Dann sehen wir uns morgen zum nächsten Banger wieder. Machst euch dann gut, haut rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.